Da ist der Parasite, der Babsack. Alter, bin ich weit runtergefallen. Nur wegen diesen dummen Viechern. So. Dann bauen wir mal weiter ab. Wo muss ja die ganzen Erfahrungen herkommen. Ich frage mich so ein bisschen. Wir müssen eigentlich kämpfen. Wir brauchen diese Combat Points. Damit wir Munition craften können. Du bist da. Deswegen hat es bei mir gerade geleckt. Interessant. Okay. Vielleicht sollten wir einfach mal uns aufmachen. In die Mine. Oh Alter, ich habe gerade einen Diamond gefunden. Krass. Nice. Diamond. Ich glaube, in Höhlen waren die nicht so selten. Oder hatten wir Crystal da gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich zu sein. Da müssen wir nochmal suchen jetzt die Welt ab. Irgendwo müssen wir auch sinken mit Carbon. Ich finde nicht alles, aber nur nicht das, was wir brauchen. Scheiße hier. Scheiße hier. Scheiße hier. Tim, 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 Tim. Du kannst scheinbar nicht ewig. Hä? Das ist so strange. Ne, ich habe gerade wieder gefühlt. Geflogen. Ja. Irgendwie hat er auf einmal aufgehört. Okay. Und dann bin ich runtergefallen. Konnte nicht mehr anfangen und habe Schaden gekriegt. Nicht so. Dankeschön. Komisch. Arschgeige. Na, wir craften wir mal eine ganze Weile jetzt. Alter. So bin ich Aluminium gefunden. Alles andere irgendwie in Massen. Okay. Ist doch gut. Joa, schlecht ist nicht. Cool. So, dann mache ich mal die letzten Stahlplatten noch. Ich habe ein bisschen Stahlbruch, obwohl es gedenk ist. Was baust du? Willst du noch ein Stockwerk draufsetzen? Ich könnte noch eins bauen. Wir sollten mal warten mit dem nächsten Stockwerk. Ja, also erstmal Bänder reinziehen. Ja, erstmal das und zwar erstmal ausbauen, dass wir andere Sachen bauen können. Das kommen wir ja nie voran hier. Das stimmt schon. Der Fahrstuhl braucht doch schon immer richtig ewig zu unten. Das klären wir auszutesten. Den Schmarrn, den du da gebaut hast. Stell dich mal eine Ingenieurskünste infrage an. Nein, würde ich nie tun. Das war ein Kack. So. You must heal. Ja, okay. So, Dankeschön. 34 Engineering habe ich schon wieder. Wo soll ich denn hingehen? Ich habe 121 Engineering. Ja, dann bau mal ein bisschen aus. Könntest du mal unten auf das Kitchen gehen. Die Indoor Cooking und sowas. Ja, stimmt. Glass Container mäßig. Und Waste Management. Was war das denn? Die Kacke. Ja, aber... Aber wir haben keine Kacke mehr. Wir scheißen ja nicht mehr. Ja. Fällt mir gerade so auf. Das ist geil. Ach, nach 8 Combat Points. Das sind doch Jahre, ey. Kann ich für Biodome bauen? Nee. Agriculture. Wo kann ich denn das... Skillen? Das geht. Ist das bei der Kacke? Oh, krass. Also, ich weiß nicht, wie hoch das geht, aber das geht ziemlich krass wahrscheinlich. Wenn du einfach komplett deine ganze Tastatur mit damit belegen kannst. Ja, so ungefähr. Ich habe so ein Gefühl. Alter, hey! Wo kommst du denn her? Warte, ich... In Fight to Party! Wappschlag! Komm wieder runter! Hä? Wie? Hä? Okay, komm. Zwei. Bist du rein? In jetzt? Ja. In den zweiten, bitte. Ja, okay. Wir können ganz hochfahren und dann musst du einfach aussteigen. Ah, ich kann mich raus. Ich guck's doch an. Ja, der braucht schon ein bisschen ewig, muss ich schon sagen. Das dauert schon ein bisschen. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn ich erstmal den zehnten Stock aufgesetzt habe. Hä? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich habe gerade Second Floor gedrückt. Ja, ich habe da teilweise auch ein bisschen... Aber wenn ich... Was? Ernsthaft? Scheiße! Und das Level 2 ist der dritte Stock. Ja. Level 3 ist der zweite. Ja, das ist in Amerika so halt, was halt... Aber Level 4 ist ganz oben. Stimmt. Hä? Wir haben Floor 3, 2, 4. Ich bin verwirrt. Ich auch. Es macht keinen Sinn. Das Geile ist halt, man kann halt auch immer noch hier oben auch so Verbindungsstücke bauen. Und das heißt, wir könnten quasi so Luftbrücken... Boah, geil! ...Hallways bauen, weißt du so? Und dann... Das ist ja richtig nice. Da kannst du so Fenster dann ins Hallway noch reinsetzen. Das sieht ja richtig gut. So, ich... Baue jetzt, ähm... Ich schlage jetzt mal ein bisschen um. Mhm. Den ganzen Kack. Obwohl es eigentlich... Ja, doch, kannst du mal... Sieben Diamanten habe ich gefunden. Nice. 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 So. Das ist die eine Seite. Und das ist die random andere Seite. Patch-Tape. Ach, Patch-Tape. Ich habe massig davon. So. So. Level Floor. Hey. Okay. Ich kann mal was trinken. Ah. So. Weil dann können wir die Lager hier mal abreißen. So. Hä? Mein Backpack ist gerade, äh, hat so eine Kapazität von 194%. Hä? Wieso? Ich habe beim zweimal Take All gedrückt. Ach so. Hat scheinbar funktioniert. Ah, das ist geil. Level 3 ist wirklich Level 2. Das ist sehr verwirrend. Ich lege das ganze Baumaterial in den einen Spind. Hm. Also dieses Rohmaterial, was wir, ähm, abbauen können und sowas und was wir schmieden können. Mhm. Und alles andere lege ich mal in den anderen. So. Ein und hier auch noch. Dann müsste ich noch einen dritten Blocker bauen. Kann ich. Okay. Ah, fuck. Fällt genau ein Stahl noch. Natürlich fehlt nur noch ein Stahl. Eisen und Arum. Ach, zu wenig. Oder? Finden wir raus. Ach, jetzt brauche ich noch Magnesium. Ach, come on. Mann, ey. So. Da gehört hier noch was drin. Ich muss nochmal hoch, ey. Du musst nur Knesium, ey. Ach, come on. Scheiße hier. So. Aber wenigstens sind die Kisten dann draußen leer. Ah, dummer Aufzug. Ich denke immer, der ist unten. Stell mich rein. Ich so. Warum fahre ich nicht hoch? Guck noch rum. Ah. Gott. Dammit. So. So. Gut. Soll ich noch einen dritten locker? Eigentlich ein Fenster rausnehmen. Kann ich, ähm. Ja, ich muss eine Fensterwand rausnehmen. Oh ja, mach das. So, muss ich jetzt. Musst du sein, einfach. Ach, scheiße. Windowed Wall kann ich direkt wieder reinbauen. Alter. Ich kann, stimmt. Ich kann jetzt auch Heavy Walls bauen und so. Ja. Fuck. Tanks, Engel, Kopper, ey. Normal Wall. Eins Stahl fehlt mir noch. Natürlich fehlt mir ein Stahl. Oh, hi. Ich hab ganz oben mal schwarz-weiß gemacht. Ja. So. Unsere Außenkisten sind jetzt zerstört. Wir wohnen ja jetzt in einem Gebäude. Ich traue überhaupt vergessen, dass ich Stahl schon hier oben habe. Jetzt bin ich nochmal runtergerannt. Das ist eine saudumme Aktion. So. Muss trotzdem nochmal runter. Um Stahl zu machen. Das will heute nicht so. Gut, es ist ja auch schon spät, ne? Das stimmt. Ist ja auch schon spät. Ach, da kann ich ja jetzt Stahl machen. So, gib mir Stahl. Danke. Rubber müsste ich oben noch haben. So, Level 3. Aber es ist geil, dass es jetzt einen Aufzug gibt. Das ist total super. Ja, das stimmt. Oh. Ich hab da irgendwie ein Scheißchen angegriffen. Oh, sag mal. Ich sag mal, das träfft es mir einfach nicht, ey. Das ist direkt vor mir. Ich hab noch eine Waffe. Das ist so schlimm. Diese Schlagwaffen sind scheiße. Wenn man es mal genau nimmt. Absolut. So, Open Storage. So, open Storage. Und das ist natürlich auch schon gut. So, Open Storage. so jetzt haben wir drei lager der eine der er kommt das gecraftete material ein in das andere kommt das abgefahren material rein und in den schritten kommt random scheiß rein das ist klar gut er ist auch schon fast voll deswegen leicht bräuchten noch einen vierten dann für speisen aber wir haben ja eine küche bauen da kann man glaube ich es drin lagern dann aus kitchen liegt auf deinem weg das könntest kannst du skitzen vielleicht schon bauen sogar der indoor cooking kann ich unten plan bringen kannst du wahrscheinlich auch schon bauen schauer kann ich bauen ja plan links aber vor vor allem können kannst du wahrscheinlich auch schon bauen müssen alu brauche ich dafür also für indoor cooking bräuchte ich noch zweimal wir haben doch hier liegen sieben moment ich schmeiß die mal raus die brauchen wir ja bist du ich bin im dritten und da der kram hin oder das ja was rechen auf sogar unten gerufen ja